Hallo liebe Vage, hier ist die Inbal von Inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Märzhälfte bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen. Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, wo du all die Karten, die ich hier einsetze, inklusive dieser Initiatory Golden Dawn Tarot Karten hier finden kannst. Falls dir mein Stil gefällt, mag, freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren. Mit einem zusätzlichen Klick auf die Klingel sorgst du dafür, dass du automatisch benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Gänge zur Legungüberwaage. Vor meinem geistigen Auge habe ich direkt eine bestimmte Person gesehen und zwar sehe ich eine Person mit einer sehr strengen Pflegeroutine. Ja, Face Beauty, so Gesichtspflegeroutine. Dieser Mensch pflegt die Haut morgens, abends, so wie es sich gehört. Ja, dieser Mensch, den ich da vor meinem geistigen Auge habe. Und trotzdem, trotzdem sieht die Haut dieses Menschen unrein aus. Unrein aus. Entschuldigung. Ja, die Haut wirkt unrein. Obwohl dieser Mensch sein Gesicht pflegt, wirkt es unebenmäßig. Es wirkt unrein. Und ich werde hier sicherlich Kosmetikerinnen haben, die zuschauen, Kosmetikerinnen und Kosmetiker. Ich glaube, ihr denkt da direkt an der Mikrodermabrasion, dass die Haut mal so richtig schön geschält werden muss, damit abgestorbene Hautschüppchen abgelöst werden und neue Haut von unten rauskommen kann. Ja, wenn man die Haut pflegt und pflegt und pflegt und pflegt und da keine Besserung ist, dann hilft sehr oft Mikrodermabrasion. Gut, ich bin keine Fachfrau, gell? Ja, also das ist einfach das, was ich für mich als beste Lösung bisher gefunden habe. Und ich glaube, das ist recht erfolgreich. Mikrodermabrasion. Tote Hautschüppchen abkratzen, abstreifen, absaugen. Tote Hautschüppchen loswerden, damit dahinter hier mit der Sonne die neue Haut wieder scheint. Marge, was ich damit sagen will, ist folgendes. Du kannst dein Leben noch so sehr verschönern. Du kannst die Zukunft noch so schön planen. Deinen Alltag noch so angenehm gestalten. Die Menschen um dich herum noch so gut auswählen. Solange hier die toten Hautschüppchen nicht weg sind, kannst du die Neugeburt vergessen. Du trägst da was Totes mit dir rum. Etwas, das wie tote Hautschüppchen noch an deinem Körper haftet und dich nicht strahlen lässt, so wie du strahlen solltest, wage. Und ich fühle mich gerade so energielos. Meine Energie ist weg. So wie wenn ich gedämpft werde. Irgendwas dämpft mich. Fünf der Münzen. Du hast hier etwas in der Hand, dessen Potenzial du nicht erkennst. Ich fühle mich etwa so wie dieser Mann hier. So gedämpft. Es ist so wie wenn dir hier Gold in die Hand gelegt wird und du nicht erkennst, wie viel Potenzial dahinter steckt. Siehst du diese Weintrauben hier, die du hier pflückst. Du denkst, ja ich pflück die und dann esse ich die und dann ist das weg. Aber dabei kannst du damit viel mehr machen. Siehst du diese durchschnittenen Weintrauben, die wo man so reinzieht, das sind Rosen drin, Blumen drin und in diesem Deck werden Münzen mit Blumen dargestellt. Eigentlich kannst du aus diesen Weintrauben so viel mehr herstellen, dass dir so viel mehr im Leben bestehen bleiben wird. So viel länger bestehen bleiben wird. Du kannst Wein draus machen. Du kannst Salatdressings draus machen. Du kannst Konfitüre draus machen. Du kannst viel mehr aus dem machen, was du momentan in der Hand hast, als du glaubst. Aber irgendwie ist da hier so deine Energie so, du magst gar nicht. Aus diesem Potenzial hier etwas machen, etwas bewerkstelligen. Ich glaube nicht, dass du dich in diesem Altersrahmen hier bewegst. Ich denke, die meisten von euch sind jung und knackig und frisch. Nur sind das eben diese toten Hautschüppchen vom alten Ich, die weggehen sollten. Ach übrigens, liebe Leute, Mikrodermabrasion ist echt geil. Also jene, die das noch nie probiert haben, das ist geil. Man kriegt so richtig, richtig, richtig Babyhaut im Gesicht. For your information, vier der Kelche. Siehst du das? Von diesem Kelch fließt hier was rüber, dann fließt von diesem Kelch hierher. Siehst du das? Die Flüssigkeit springt von diesem Kelch in diesem Kelch, dann von diesem Kelch in diesem Kelch und danach wird es hier weiter fließen und dieser eine Kelch hier bleibt ungefüllt. Vor deiner Nase liegt eine Chance und du verpasst sie. Magen. Wegen dieser Du wirkst nicht apathisch, du wirkst nicht apathisch, sondern einfach zu müde, um das weitere Potenzial noch auszuschöpfen hier. Es ist so, wie wenn du sagst, es reicht mir durchaus, wenn ich einfach nur das mache. Ja? Es reicht mir aus. Rita der Kelch und hier dein Gegenüber. Dein Gegenüber sehr stolz, sehr auf, ja, steht hier sehr aufrichtig, sitzt hier sehr aufrichtig auf diesem Pferd, gibt dir sein, ihr Kelch, sagt, wage, ich liebe dich und du nur so, muss das sein. Kann ich nicht einfach nur die Weintrauben hier nehmen und essen und diesen Kelch da, den ich auffüllen soll, für mein Gegenüber lassen? Das Traurige hier, wage, ist nicht, ich meine, es ist ja uns allen selbst überlassen. Mein Gott, man muss nicht jede Liebe übernehmen, übernehmen, annehmen, die man haben. die einem angeboten wird. Du musst nicht jeden Menschen akzeptieren. Das Traurige hier ist, dass es nicht, dass es hier nicht wegen Desinteresse so läuft, sondern wegen diesem toten Hautschüppchen aus deiner Vergangenheit. Eigentlich bist du auch an deinem Gegenüber hier interessiert. Eigentlich willst du auch die Liebe, das will jeder Mensch. Ja? Aber die toten Hautschüppchen, das Tote aus der Vergangenheit sorgt dafür, dass du hier nicht genug Enthusiasmus hast, nicht genug Kraft, Willen, ja, um hier diesem Ritter der Kelche hier zu begegnen. Okay? Wir haben hier fünf der Münzen und vier der Kelche. Die zweite Karte bestimmt das Element, ja, der Summe. Und dann neun der Kelche. Du bist zufrieden mit dem Status quo. Ja? Es reicht mir, wenn zwei Trauben sind, sagst du. Es reicht mir, wenn drei Kelche gefüllt sind. Die vierte muss nicht gefüllt sein. Es ist okay. Ich bin zufrieden mit 70%. Die Vergangenheit drückt dich runter. Sieben der Schwerter. Und wenn man dich hier zu irgendetwas drängen würde, würdest du abhaben. Ja? Du willst keine Konfrontation. Du willst keine Konfrontation. Du willst kein Potenzial, du willst keine Liebe, du willst keine Konfrontation. Ja. Schauen wir mal weiter. Fünfter Kelche. Okay. Es ist traurig, aber es musste sein, ja, beziehungsweise muss sein, es ist eine Zukunftslegung, vage, du wirst hier in einen Moment kommen, wo du merkst, dass du dich selbst nur verletzt hast mit deinem Verhalten hier. Dass deine Passivität dafür sorgt, beziehungsweise sorgen wird, dass du nochmals etwas wie begraben musst, ja. Es kommt mir vor, wenn das die gleiche Person hier ist, hier jüngere Version, hier ältere Version. Da gab es, da gibt, da gab es irgendeinen Menschen in deinem Leben jetzt in letzter Zeit, mit dem sich ein neues Tor geöffnet hätte, ja, wo du neu auf die Welt hättest kommen können, das Alte zurücklassen, aber dadurch, dass das Alte noch da war, wurde jetzt das Neue zurückgelassen, hin zum Alten und jetzt stehst du wieder da, als alter Mann und leidest über deinen Verlust. Du gabst dich zufrieden mit dem Wenigen, ja, und du hattest hier nicht genug Vorwärtsenergie, um hier einen zusätzlichen Kelch zu füllen. Dabei musstest du nur das hier, ja, einfach nur hierher schieben und dem hier eine Chance geben, aber du wolltest irgendwie nicht, weil du mit dem Status Kurs so zufrieden bist, ja, hast hier versucht, Konflikte zu meiden und dadurch kommst du dann in der zweiten Monatshälfte in eine Situation, wo du merkst, ach du Scheiße, schon wieder tote Hautschüppchen, schon wieder etwas tot, schon wieder etwas, das mir wieder schwer auf der Brust liegen wird, ja, und vor allen Dingen haben wir hier sieben der Schwerter und fünf der Kelche, eben die zweite Karte bestimmt das Element der Summe, das sind dann hier zwölf Kelche, mit zehn schließt man ab, mit zwei geht man dann vorwärts, das sind zwei der Kelche, die du hier verpasst hast, ein Moment, wo du echt denkst, ach du Scheiße, sorry wegen meiner Aussprache, sorry, 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 das ist das, was du denken wirst, da ist jemand gekommen, den ich wirklich hätte lieben können und nun habe ich diesen Menschen verpasst, wegen meiner Passivität, zwei der Schwerter, eine Entscheidung wird getroffen, du wirst hier in Bezug auf diesen Menschen eine Entscheidung treffen, zwei der Schwerter und sieben der Schwerter, das macht dann Albträume, schlaflose Nächte, gemixt mit fünf der Kelche hier, wirst du hier eine Phase haben, wo du echt so wie den Boden berührst, Waage, so Rock Button, nennen das die Amis, so die, so den untersten Punkt berührst, du wirst hier wirklich einen Moment haben, wo alles ziemlich dunkel ist und wo du dann dich ziemlich einsam und frierend vorfinden wirst, das ist so diese, diese Baby's Cold Outside Karte, ja, es gibt einen Moment, wo du dann merken wirst, hey, schau mal, wie ich aussehe, schau mal, wo ich bin, eigentlich sollte ich ganz woanders sein, ich sollte eigentlich jetzt nicht hier stehen, ich muss in Bezug auf diese zwei Kelche da, die ich vorhin nicht gesehen habe, eine Entscheidung treffen, ja, und dann sehe ich dich hier in Action kommen, Waage. Ziemlich komplexe Niedergeschlagenheit, sehe ich hier, ziemlich komplexe, ja, und ich hatte jetzt auch sehr Mühe, wahrscheinlich ist es euch jetzt auch aufgefallen, ich hatte gerade ziemlich Mühe beim Reden, du scheinst nicht viel Preis zu geben, nicht viel zu reden, gut, hier bist du passiv, hier, hier meidest du es, hier bist du traurig, und hier entscheidest du dann auch für dich, ja, du, du, du musst ein bisschen mehr reden mit deinem Gegenüber, ja, hör dir auf Spotify oder YouTube so Musik für dein Halschakra an, irgendwie haben die Menschen im März Probleme mit ihrem Halschakra, ja, da muss das Feuer wieder kommen bei dir, ja, aus der Stäbe hier, geh ein bisschen Musik hören, okay, gib Halschakra ein auf YouTube, Spotify, und dann kommt es, einfach ein paar Mal anhören, und dann sollte das gut helfen, okay, ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft, diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, und was dein Gegenüber vor dir versteckt, da wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird, den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox, und im obersten Kommentar, falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren, wir sehen uns auf der anderen Seite, und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut, bye, bye, Bis zum nächsten Mal.